Das ist doch ein schönes Wetter. Hyper sollte nicht eben spazieren. Oh, der schaut ein bisschen hilflos aus. Hm, der will irgendwo hin. Sorry aber. Ich verstehe dich nicht ganz. Hey, was? Was? Ja, du willst irgendwo hin, aber wohin? Ja, ich verstehe schon, dass du irgendwo hin musst, aber... Hm, jetzt lass mich auch noch raus. Ja, tut mir leid, wenn du das übersetzen würdest. Oh, eine kleine schwarze Mietekatze. Hallo. Hallo. Auf Katzen sprechen? Hm. Hallo. Und, alles klar? Hi. Hallo. Oh, worüber die wohl wieder lachen. Wahrscheinlich haben die wieder irgendeine verschickte Geschichte am Start. Hm. Ich bin nicht mehr gespannt. Naja, wir setzen könnten sie es aber auch mal kurz. Was? Wahrscheinlich wird es wieder wie das letzte Mal. Total ausgekrimst. Ich bin wieder an sich gedacht. Ich bin wieder an sich gedacht. Hm. Was der erzählt? Hä? Warum lachen die jetzt? Oh Mann. Oh Mann. Ach, das ist doch scheiße. Das ist ein guter Kaffee. Der schmeckt ja gut. Oh Gott. Hast du mich jetzt erschreckt? Was? 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 Halt, halt, halt. Warte doch mal. Was? Was willst du? Hä? Wenn ich nun die Wahrscheinlichkeit von 1,589... Oh. Hey. Ja. Ja. Ja, cool. Schauen. Fernseher. Ja klar. Klar. Kein Ding. Ich hab Zeit. Ah, endlich jemand, der mich versteht. Ah, endlich jemand, der mich versteht. Hm. Ja, ja. Von dem Film hab ich schon mal gelesen. Ja, okay. Ich setz mich mal kurz hin. Hm. Oh ja. Gummibärchen. Geil. Schnapp ich mir gleich einen anderen Cola-Blessen. Hm. Irgendwie die Däten auch. Hm. Und endlich einer, der mich mal versteht. Hm. Das ist mir lecker. Ja. Was trinken? Ja klar. Ja klar. Aha. Okay, dann gehst du kurz runter. Okay. Okay. Danke. Ja. Gut. Im Moment. Ja. Ja. Da ist es auch nicht einsch. Ja. Ja.